Das Leben und das traurige Ende von Karl-Heinz Böhm Karl-Heinz Böhm war einer der bekanntesten deutschen Schauspieler des 20. Jahrhunderts, der durch seine vielseitigen Rollen und seine charismatische Präsenz auf der Leinwand beeindruckte. Mit Filmen wie Sissy und Peeping Tom wurde er zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Kinos. Doch sein Leben war auch von Tragödien und persönlichen Herausforderungen geprägt, die ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2014 begleiteten. In dieser Geschichte wollen wir einen näheren Blick auf das Leben von Karl-Heinz Böhm werfen und die Höhen und Tiefen seiner Karriere sowie sein persönliches Leben beleuchten. Karl-Heinz Böhm wurde am 16. März 1928 als Sohn des berühmten Dirigenten Karl Böhm und der Pianistin Thea Linhardt in Darmstadt geboren. Bereits in jungen Jahren zeigte er Interesse an Schauspielerei und besuchte nach dem 2. Weltkrieg die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Dort absolvierte er eine Schauspielausbildung und bekam bald darauf seine ersten Rollen am Theater. 1950 debütierte Karl-Heinz Böhm am Staatstheater Darmstadt und spielte in den folgenden Jahren an verschiedenen Bühnen in Deutschland. 1952 bekam er seine erste Filmrolle in Wir tanzen auf dem Regenbogen und konnte sich schnell als vielversprechendes Talent etablieren. Sein Durchbruch kam jedoch erst mit seiner Rolle in Es geschah am helllichten Tag im Jahr 1958, einem Klassiker des deutschen Kinos. Böhm spielte darin einen Serienmörder und beeindruckte das Publikum und die Kritiker gleichermaßen. In den 50er und 60er Jahren erreichte Karl-Heinz Böhm den Höhepunkt seiner Karriere. Er spielte in zahlreichen erfolgreichen Filmen mit und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Kinos. Seine Rolle als Kaiser Franz Josef in der Sissy-Trilogie war eine der bekanntesten und erfolgreichsten seiner Karriere und machte ihn zu einem Publikumsliebling. Aber Böhm war nicht nur auf leichte Unterhaltung beschränkt, er bewies auch sein Talent in anspruchsvollen Rollen wie In Peeping Tom, einem bahnbrechenden Thriller des britischen Regisseurs Michael Powell. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Böhm mit einigen der bekanntesten Regisseure seiner Zeit zusammen. Er spielte unter anderem in Filmen von Fritz Lang, Rainer Werner Fassbinder und André Weider. Sein schauspielerisches Können wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen hochgeschätzt und ihm wurden zahlreiche Preise und Auszeichnungen verliehen. Trotz seines Erfolgs auf der Leinwand hatte Karl-Heinz Böhm in seinem persönlichen Leben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Er war viermal verheiratet und hatte fünf Kinder, darunter die Schauspielerin Katharina Böhm. Seine erste Ehe mit der Schauspielerin Gudula Blau endete 1960 in einer Scheidung, woraufhin er kurz darauf Hannelore Ehrlich heiratete. Auch diese Ehe hielt nicht lange und endete 1965 in einer Trennung. Karl-Heinz Böhm's Karriere hatte auch Phasen des Abstiegs. Obwohl er in den 50er und 60er Jahren große Erfolge feierte, ließen die Rollenangebote in den 70er Jahren nach. Böhm begann verstärkt im Fernsehen zu arbeiten und spielte in Serien wie Tatort und Der Alte. Seine Filmkarriere geriet ins Stocken und er hatte Schwierigkeiten, an seine früheren Erfolge anzuknüpfen. In den 80er Jahren war Böhm zunehmend in Nebenrollen zu sehen und musste sich mit weniger anspruchsvollen Rollen zufrieden geben. Auch der Tod seiner dritten Ehefrau, der Schauspielerin Barbara Kwiatkowska-Lars, im Jahre 1985 belastete ihn sehr. Karl-Heinz Böhm verstarb am 29. Mai 2014 im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Krödig bei Salzburg. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber es wurde berichtet, dass er bereits seit einiger Zeit an Alzheimer litt. Nach Böhm's Tod äußerten zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihre Trauer und ihr Bedauern über den Verlust eines großen Schauspielers und Humanisten. Auch seine Organisation Menschen für Menschen würdigte sein Leben und sein Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen in Äthiopien. Karl-Heinz Böhm wird als einer der bedeutendsten Schauspieler des deutschen Kinos und als engagierter Humanist in Erinnerung bleiben. Seine Arbeit als Schauspieler und sein Einsatz für humanitäre Hilfe haben das Leben vieler Menschen positiv beeinflusst und werden noch lange Zeit nach seinem Tod weiterhin Anerkennung finden. Wir sollten Karl-Heinz Böhm's Vermächtnis in Erinnerung behalten und uns von seinem Engagement inspirieren lassen. Wenn Sie mehr über das Leben von Karl-Heinz Böhm erfahren möchten und an ähnlichen Geschichten interessiert sind, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Wir freuen uns darauf, Ihnen weitere inspirierende Geschichten zu präsentieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Böhm acho